Willkommen, Grüße geben aus an Mark Foster. Shit. Es war ein bisschen früh, aber... Ich bin noch nicht mal im Game. Wir haben gerade vor fünf Sekunden gefragt, ob alle ready sind. Alle haben Ja gesagt. Ich hab ja nicht Ja gesagt. Kann ja nicht alle sein dann. Ich hab auch nichts gedrückt. Ich kann doch nicht anfangen, wenn alle Ja sagen, die dir wichtig sind. Ich kann ja nicht ahnen, dass das Spiel keine Ladungszeiten hat. Dankeschön. Willkommen zu Golfit. Golf is your friends haben wir alle gelöscht und jetzt golfen wir in id. Wir haben halt die Freundschaft gekündigt. Stärker schlagen, stärker schlagen. Ach so schlägt man. Okay, verstanden. Ja, du musst so mit der Maus ausholen und dann nach vorne zwischen. Ich glaub, man gewinnt einfach, wenn man da runterfällt. Oh ja, man muss gar nicht... Da waren Flagge links und rechts, ich verstehe. Das ist hier so ein Pfeil. Ich hab doch mal vor 100 Jahren Golfit gespielt, ich kenn die Map gar nicht. Ich auch nicht. Weil die war die erste Map in der Auswahl. Wieso bin ich jetzt hier unten? Weil das ist nicht das. Loch 2. Ach, das war das Ziel, einfach da rauszuschlagen oder was? Nein! Nein! Ich hab dich ausgeholt. Hier gehört ein bisschen mehr Skill dazu. Mann, Vicky, ich hasse dich. Geh mal weg, Zombie. Oh mein fucking Gott, du kissest hier weg. Hallo? Nein! Wie nett von dir. Ich würde da auch was reingeschlagen. Seht ihr das Salz bei Mogi? Ja, ich seh Salz bei Mogi. Ich seh Mogi auch aus in der Fallen. Ich war eigentlich wirklich leicht gefühlt. Aber ich glaub... Ich glaube, man kann R drücken und kriegt keinen Extraschlag drauf gerechnet. Um sich zu resetten. Ah, ich wollte eigentlich nur... Oh nein, jetzt bin ich wieder ganz hinten. Okay, aber es gibt eine andere Taste, wo man am letzten Schlagort liegt. Ich guck mal in die Steuerung. Auf V kann man nur das betaten. Ich glaub, Shift. Bindungen. Ah, ich liebe Geburtübersetzung. Mit Shift wurde ich zumindest gerade zurückgesetzt. Nee, R kann nicht drücken. Nein! Mit F ist man da, wo man zuletzt stand. Ich mach das so leicht. Kann man irgendwie sanfter schlagen? F, okay. Okay. Leichter schlagen kannst du, wenn du deine Maus leichter bewegst. Tatsächlich. Ich beweg die voll leicht. Ich hab die jetzt kaum bewegt. Also nicht mal bewegt. Oh, du hast einen Salzstreu über dir drüber. Ja, ich hab Salz gewählt. Ich seh bei Riki eine 14 stehen. Ja. Riki, man hat keine Schläge mehr? Nee, ich hab keine Schläge mehr. Riki Fail hier, ehrlich gesagt. Ah, witzig. Mogi, wenn er den Selbsthass Sonntag wieder einführt. Mogi, wenn er den Selbsthass Sonntag wieder einführt. Ich hab Salz gewählt. Nein, ich bin gegen die Decke geflogen. Das ist sehr schwierig, das einzuschätzen, finde ich. Ja, F funktioniert. Oh mein Gott, man kann schneller schlagen. Oh mein Gott, man muss ja schneller schlagen. Oh mein Gott! Jetzt musste ich mal stärker schlagen und ich hab's nicht getan. War trotzdem ein Speichläge. Ich bleib hier mal liegen. Ich auch. Ich hoffe. Oh, willkommen! Hallo, weißer Golfball. Hallöchen Leute! Warte auf die anderen Versager. Mogi hat's ja viel Vermögen, jemand customisen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall lernen. Schau ich mal, wie das Salz regnet. Hier rüber, genau. Ich hatte halt nichts, Maeve. Ich wollte auch so was cooles geben, aber ich hatte nichts bekommen. Genau hierhin, aber auf die Strecke. Ich bin genau hierhin. Kommt ihr zu sein und sich umgucken? Jungs, komm doch mal rüber jetzt. Das ist viel zu schwer einzuschätzen. Johnny ist zu schwach. Ich find das auch schwer. Es ist viel zu schwer und der nächste Schlag sitzt. Es ist viel zu schwer, das einzuschätzen. Ich find das auch richtig schwer. Das ist random bei mir. Warum gehen die alle rein, Mogi? Ich hab mich richtig bemüht, meine Maus nicht mal zu berichten. Und es hat geklappt. Kann man hier eigentlich auch so ein bisschen vorschweben und sich die Map anschauen? Mit V. Das hat mir vorher ein bisschen gefehlt. Aber ich hab schon dreimal erwähnt, Mogi. Aber ich hab schon dreimal erwähnt, Mogi. Ohhhhhhhhhh! Oh, Mann! Mogi, das war so gut. Oh, Mogi. Hat die Scheiße gesehen. Mogi hat ein Gefühl wie das Spiel, kann das sein? Nee, was? Ich glaub, keiner hatte bisher ein Gefühl dafür. Oh mein Gott, ich hab gar kein Gefühl dafür. Wo bin ich denn jetzt hin? Nicht runterrollen, nicht runterrollen, nicht runterrollen. Oh, danke. Oh, Scheiße. Oh mein OBS Studios abgeschmiert. Nein. Was? Das war zu stark. Was? Nein! Ach, du kannst jetzt rücksetzen. Scheiße. Du kannst jetzt den Laufern gingen. Das waren mir die Extraschläge wert. Das war auch wieder zu stark. Was? Oh die Schwerkraft ist ja furchtbar! Wir sind unter Wasser, Mate! Ist doch furchtbar! Ja, das ist furchtbar! Wir sind unter der See! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ach, kein Meer mehr! Alter! Unter der See. Unter der See. Unter der See! Unter der See! Äh, man sieht die Tabelle immer nie so zwischendurch. Tab? Oh, ich und Johnny! Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Wo geht es denn hier weiter? Da, wo wir uns da vorne rein, ist es mit Nemo. Yo, nein! Oh, ich habe es geschafft. Hat jemand Nemo irgendwo gesehen? Ne, ich so einer. Hier sind doch nicht wirklich viele Anemonen, oder? Yippie! Meine Mama hat mir einfach erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? Ist hier kein Wasser mehr? Oh, oh. Nein, ich rutsche! Nein! Was geht? Aus dem Weg! Natürlich bist du darin sogar besser. Schubst mich an, Maggi! Nein, geh weg! Hey, da war doch gar nichts im Weg! Aber du hast mich berührt. Rikki, ich kann hier nicht weg. Oh ja, ich habe mich auf die andere Seite geschlagen, let's go! Fick dich, Fully! Hallo, Maggi! Nein! Oh! Fully! Mach mal Platz! Mach mal Platz da! Ich habe Platz gemacht! Fully, mach mal Platz da! Ah! Dein Mats da! Johnny, mach mal Platz da! Mach du mal! Ich habe mich alle vorgestellt! Ja! Ich war runter! Ne cleane 3! Gehen wir easy on the Pepsi! Mave, hast du das gesehen? Ja! Hab ich gesehen, du bist abwürdig! Was soll das? Bei Golf ist es glaube ich so, du kannst unendlich viel boosten, wenn du deine Maus richtig durchballerst! Ja, mach ich ja auch! Aber das Ding ist, da war doch eine Bande! Das ist zu doll halt! Aber ich habe doch kein Maus, Pat! Da war doch aber eine Bande! Ich bin nicht abgeprallt! Da war irgendwie eine Erhöhung, glaube ich, und du bist dadurch zu hoch gebounced! Das war keine A-Höhung! A-Höhung? A-Höhung? Mach doch mal Höhung nicht! Johnny, du mach doch jetzt Johnny zu! Mach doch jetzt Johnny zu! Das kann doch nicht sein! Das ist nicht so stark! Das kann doch nicht sein! Das ist nicht so stark! Fully, du musst in das Loch rein, ne? Schön! Guter Schlag! Dankeschön! Mhm! Du hast noch 3 Sekunden übrigens! Komm schon! Ja, ich kam da nicht hoch! Der Erfüller hat's genau in der letzten Sekunde! Auf Platz 3 für mich! Wichtig, die Moral! Da geht's runter! Geronimo! Oh mein Gott, der hat mich geschlagen! Oh! Ich war's bestimmt! Wo geht's denn hin? Darüber! Dann hätte ich ein bisschen mehr Power gebraucht! Ich hoffe's mich! Power?! Oh oh! Vollgas! Was? Äh, ich schobst ihn, okay! Vollgas! Jungs, guckt mal, wo ich bin! Seht ihr mich? Ja, da oben! Ich war ja grad runter! Was ist das denn? Aus dem Weg! Oh, was ein Schlag! Oh, ich war doch nicht so schnell! Nein! Hallo Fully! Oh, aua! Ja! Wichtig! Wichtig! Rein da! Sind wir in so einer beruhigenden Unterwasser-Map? Da ist die Physik bestimmt ganz anders, oder? Ja! Als sonst im Spiel! Bissin Slow-Mauschen! Jetzt lerne ich das ganz falsch! Oh, Maeve hat nicht aufgeholt! Kommt dir das nicht normal vor hier? Die Physik? Ich find das Feedback so komisch! Was? Wo wollen wir das denn hin? In Kamera! Jedes Spiel ist so! Da oben! Wir müssen ins Netz gehen! Aha! Aber man kann auch schnell nach rechts schlagen! Jaaa! Wer hat sich dafür... Shit! Irgendeiner ist für mich gestorben gerade! Ich würde immer für dich sterben, Maeve! Oh mein Gott! Zwei Schläge schon verschissen! Es dauert so lange zu respawnen, was das ist! Ohhhh! Lass F drücken! Hallo! F in den Chat! Für Johnny! Geh rein! F für Johnny! Nein, 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 nein! Das kann nicht sein! Brody! Ich auch! Das war bisher die leiseste Map! Was? Nein! Schwäche Anzahl! Kurz mal eben! Einfach nur... Ich hab richtig verschissen hier gerade! Man musste so viel Dollar schlagen, als ich dachte! Nicht so wäre das sehr wie ich! Oh, das war wirklich nicht so sehr wie ich! Oh mein Gott! Entweder war das Johnny oder Moggy, den ich da beim Netz weggedrückt habe! Stimmt, ich hab fünf Schläge gebraucht! Du bist ja auch bei dem fünften Schlag! Ich bin beim siebten jetzt! Ne, ist das siebte Loch! Bei mir steht oben! Ach, unten rechts stehen die bei euch dran! Oben rechts steht meiner! Ich hab mal grad die Tabelle angeguckt, ne? Also... Holy Shit! Bin ich scheiße! Nicht mal... Ich hab dich nicht mal weggeschlagen! Manipulier ich nicht mal! Ausnahmsweise... Das stimmt überhaupt nicht! Du hast doch mal weggeschleudert! Jaaa! Das hast du schnell bereut, dass du damit aufgehört! Ach so! Das seht jetzt nicht, oder was? Das seht ja jetzt nicht! Somit kann man nicht mal polieren! Das ist einfach zu gut in alle Videospiele, die existieren! Guter Move, Johnny! Ja, ja! Kannst dich ja reparieren bei Zeiten! Ich warte hier kurz noch am Rand! Ob jemand vielleicht komplett am Rand lang ballert! Maeve oder so! Ne, ne! Ich warte auf Muggi, dass er mich verkaut! Ach, Muggi! Nein! Das werde mit mir nicht passieren! Willst du mich verarschen? Aus dem Weg vorliegen! Nein! Vielleicht fällst du ja dahin, wo du hin musst! Ich war mal besser dem... Maeve! 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 Oh mein Gott! Oh Gott! Ich bin grad so schlecht! Was ist denn Muggi? Oh, hallo! Wo wartet ihr hier alle? Jaaa! Ich mein, das ist ein bisschen kuschelig hier! Bisschen eng hier, ne? Jaaa! Alle gleichzeitig! Natürlich! Natürlich schlagen alle gleichzeitig! Nein, es hat nur einer geschlagen! Oh Gott! Der hat nicht so geklappt! Zombie! Jaaa! Oh was?! Werd nie wieder stehen bleiben! Ich kann das schon überhaupt nicht! Ich auch nicht, Johnny! Ich auch nicht! Johnny, du warst grad noch Platz 1! Das Feedback! Was? Johnny war Platz 1! Jaaa! Jaaa! Mann! Ich... Oh! Das Feedback... Hä? Ich wollt immer hier oben neu gesprochen! Maeve räumt ihr ja richtig ab! Was soll'n das? Ich versuch' entspannt zu sein! Er räumt ab! Holt einfach einen guten Schwung und macht einen schönen Schlag! Scheiße! Scheiße! Fully und Zombie wissen übrigens nicht, wer Mark Forster ist! Ja, und? Dafür weißt du nicht, wie man Lena Meyer-Landruth... Warte mal, der heißt Forster? Der schreibt jetzt den Timecode in die Kommentare und schreibt... Wie man was? Ich weiß auch nicht, wer Mark ist! Der sagt immer Forster, aber er heißt doch Forster! Er heißt Forster, nicht Forster! Den Namen Lena Meyer-Landruth hab' ich doch, äh, milf gesagt! Ja, würde ich jetzt auch sagen! Mhm! Hier sind zwei Löcher! Oh, ich bin viel zu schwach unterwegs! Könntest mich hier erst zum Essen einladen, Fully! Oh nooo! Oh nooo! Die zwei Flaggen! Das hab' ich doch gerade auch gesagt! Willst du, willst du ein bisschen vorbeischlagen? Hey Jungs, es geht Jungs! Ja, ich, ich komm grad, ich bin grad... Hi Fully! Oh, hallo Maeve! Willst du ein bisschen vorbeischlagen? Ach so, die eine ist schwerer! Hallo Fully! Ich hau' dir gegen die Flasche! Ui! Mann, kann man nicht einfach schlagen... Ich werd wieder komplett am Anfang! Richtig geholfen? Ja, weil du dann... Weil du da zuletzt geschlagen hattest! Hab' ich auch eben die ganze Zeit gehabt! Ich werd immer wieder zurückgesetzt! Und jetzt roll' ich hier zurück wie... Johnny! Jetzt zieh dich doch! Wie so'n richtiger Jonathan! Oh Gott! Sei es dafür, dass ich, äh... Darauf gewartet hab', dass sie irgendwas macht! Wurde ich sehr hart bestraft! Naja, das war richtig! Ich wär' ja auch gecheatet von dir! Aber du hast'n dich! Also zu meiner Verteidigung! Was ist das? Man kann ja durch die Wand gar nichts sehen! Ich kann gar nicht zielen! Du kannst V drücken! Du kannst mit dem Maus mal dran zoomen! Ah ne, die löst' ich gar nicht auf die Mauer! Das ist ja mies! Gummimauer! Oh, das haut knapp! Salziger Mann! Gib mal! Gib mal rein! Du hast'n Schlag! Nice! Alter, der Salzige ist auch drinne! Na ja, trotzdem noch besser als Johnny! Deswegen ist der Ozean salzig! Wegen Moggy! Unter anderem! Oh Gott! Ich zieh' durch! Oh Gott! Ich zieh' durch! Da vorne! Ich seh', dass Ricky noch im Weg liegt! Ich muss warten! Warte ganz kurz! Ja, ich bin gleich weg! Geronimo! Oh Gott! Huuuhh! Was ist da denn für ... Morgi! Gumm mal, wie gut wir sind! Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so scheiße, wie du gerade hingeschleudert hast! Okay. Nein, war es nicht. Das ist ja Fulig. Das ist ja Fulig. Hi. Herr Riggi, wieso bist du nicht direkt rein? Weil ich... Hat er falsch gezielt und du kannst ja nicht wieder zurück zielen. Doch. Auch klar, du kannst zurück zielen. Nee, wenn du einmal einen Linksklick gemacht hast, kannst du nicht mehr zielen. Ja, das ist das Problem. Nein, das stimmt nicht. Du kannst Rechtsklick machen. Oh, wirklich? Oh. Ich habe schon voll oft neu geaimt. Und trotzdem trifft du so scheiße. Ja. Oh mein Gott, ich bin oben gelandet. Ich bin oben gelandet. Oh mein Gott. Ich habe irgendwen, glaube ich, gerade weggeschubst. Bin auch oben. Oh mein Gott. Okay. Oh, hier tropft. Hier ist andere Physik denn. Ah ja, hier ist die normale Physik. Oh mein Gott, Sommel, kannst du bitte weggehen? Kannst du mich bitte schubsen? Ich habe schon einen Schlag mehr als alle anderen hier an der Stelle. Komm, schieb uns einfach beide durch, Moggy. Zieh ich, Riggi. Ja. Oh mein Gott, und für mich hat es nicht gereicht. Hier warte ich jetzt. Ich bin auch aus der Map gefallen, alles gut. Ich bin wieder unten. Ja, hier warten wir ein bisschen. Oh, genau durch der Fully. Ja, ich glaube langsam. Das kann doch nicht sein. Stoß mir doch an, Riggi. Langsam glaube ich. Du kannst es nicht schon wieder machen. Nein, dann ist es geklappt. Alles gut. Oh, hallo. Ich habe Zombie schon rausfallen sehen. Na Mensch, wie geht's? Oh, dumme Sau. Ah. Riggi ist eine Sau gewesen. Richtige Sau. Oh, ich halte mir meinen Platz zwei scheinbar. Oh mein Gott. Oh. Ah. Warte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Spiel war sich gerade nicht sicher, oder? Nee, das ist immer noch nicht. Bei mir fällst du die ganze Zeit runter, weil du sie gerade nicht schießt. Dann soll das Spiel endlich aufhören, um mich zielen zu lassen. Das zählt nicht. Drück rechts gegen. Wie gemein ist das denn? Was ist da los? Oh, jetzt ist das noch ein Schlag. Oh, du musstest schlagen. Ja, das war noch ein Schlag. Das ist eine Scheiße. Ein Schlag. Bin aus der Map gefallen. Oh, shit. Oh, aber in der Koralle. Hä? Scheiße. Johnny, siehst du mich hier los in der Koralle? Wieso bist du da vorne? Was? Warum darf ich hier noch spielen? Was zur Hölle? Ich bin der Korallenmeister. Weil es hier weitergeht. Korallenmeister. Hast du Nemo irgendwo gesehen? Noch nicht. Versuch mal den Sohn. Oh, das Ziel ist ein riesiges Tor. Kann ich da einfach von hier aus hinschießen? Jetzt müsst ihr durch das Fenster. Nein, ich bin hier runterge... Nein. Okay, ich kann mir da rufen. Na, fast. Ich hab nicht geguckt, Vicky. Was hast du gemacht? Ich hab euch nach vorne geschlagen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warte mal, ich muss da vom Anfang wieder anfangen, weil ich rausgefallen bin. Da muss ich hin. Ja. Oh, das klappt noch nie stark. Oh, mei. Easy. Wo ist man hier aus das Ziel? Ey, das ist netz. Oh, Johnny. Ich komm nicht rein. Oh, Johnny. Johnny Jungle. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Das kann nicht so oft passieren. Okay, Riki, alles wieder gut gemacht. Ja, hab ich geholfen? Freut mich. Ja, hast du. Mein Gott, Riki, bleib liegen. Ja. Ich mir. Juhu. Dankeschön. Ich glaube, für mich reicht es nicht. Nein. Jetzt kommt es von mir leider nicht mehr rein. Oh nein. Fully, du musst was machen. Ja, ich hab geguckt, wo ich überhaupt hin muss. Ja. Aber einmal stark in die Ecke. Einmal stark in die Ecke. Polle, Polle. Das war nicht stark genug. Oh, vielleicht gibt es auch nicht rein. Vielleicht ist es aber wahrscheinlich nicht. Nee, schade. Wir sind unter Wasser, du kannst nicht pusten. Ach ja. Was ist das? Stark, denn nicht stark. Es stimmt überhaupt nicht. Ach so, das ist das Ziel. Ja. Sollst man unter Wasser nicht pusten können. Oh, ich hab gleich gecheckt, dass das das Ziel sein soll. Alter. Du hast dich ein bisschen verzettelt. Das sieht aber schön aus zu spielen, oder? Das ist ein starker Schlag, aber ich bin echt weit vorne. Ich sehe das Ziel. Hast du meinen Schlag mal gesehen? Oh mein Gott, ich habe jetzt schon zweimal ins Nichts geschlagen. Ich sehe deinen Schlag, ja. Oh nein. Du liegst schon wieder auf dem Rand oben. Du liegst schon wieder da oben. Scheiße. Hey, Maeve. Nein. Gegen die Treppe. Nicht die Treppe. Leider waren es bei mir trotzdem drei Schläge. Bitte, darf mich nochmal von hier. Bitte nah in die Treppe. Oh mein Gott, du armes auch. Du hast ja dieses Spiel. Oh mein fucking Gott, ich lande immer unten. Das kann doch nicht sein. Warum müssen wir das Spiel überhaupt unter Wasser kennenlernen? Ja, was soll das? Unter der See. Wir wussten nicht, dass es unter Wasser ist. Ich glaube, Deep Blue. Immer klar. Zu viel fair, wir wussten alle nicht, dass da andere Physik ist. Die ganzen Fans hätten es gewusst, was da Deep Blue ist. Also genau so ein, äh, es gibt keinen Deep Blue in One Sheep. Nein, nein, nein. Danke. Gib den East Blue. Ich habe genau so ein, äh, unter Wasser Minigolf in Hamburg mal gespielt. Das war mir zu schwarzlich. Wir waren zwar nicht, wir waren zwar nicht unter Wasser, aber es, der Rest, der Rest sah genauso aus. Moggi. Auch die Beleuchtung. Das war genau der gleiche Schlag nochmal. Ich sehe dich da auf der Stufe stehen. Moggi, was machst du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, Rikki, du sollst ins Loch, voll Idiot. Oh mein Gott, Moggi. Moggi, das kann nicht sein. Warte mal, Moggi, du bist nicht drin. Alter, Rikki. Alter. Oh mein Gott. Ihr habt doch 20 Sekunden. Wieso laden wir Rikki für diese Golf-Sachen überhaupt ein? Genau dafür. Du wolltest ihn anschreiben. Wir haben mich eingeladen, wir haben gefragt, wer das machen will. Das stimmt. Rikki, du hättest davon warten müssen, du Idiot. Ich wollte Rikki anschreiben, ob er wieder genau das macht. Ach, Entschuldigung, ich wollte dich nicht Idiot nennen. Nee, ist nicht schlimm. Arschloch. Selber Arschloch. Na abgehen, Rikki. Du bist so nervig. Oh mein Gott. Ich hab wirklich gar nichts gemacht, außer selber geballt. Ja, du warst im Weg. Oh nein. Als ob ich jetzt davor liegen bleibe. Hä, ich bin irgendwie aus dem Schrudel rausgefallen. Ich war im Schrudel und dann hat der Schrudel mich einfach fallen lassen. Hallo. Rikki, ist das dein scheiß Ernst? Bist du haust denn auch so komisch? Geradeaus, okay. Ich hab ganz normal. So, jetzt bin ich im Schrudel. Hä? Hier ist ja alles komplett anders. Wo bin ich? Oh, hier ist Luft noch. Oh. Okay. Oh, wie furchtbar bin ich denn? Ich bin gestorben einfach gerade. Ja, ich auch. Ja, musst du auf die Strecke links oder rechts kommen. Mitte ist übrigens einfacher. Ich bin schon wieder gestorben, oder? Ich hatte Mitte probiert und bin nicht weit genug geflogen. Oh ja? Ich auch. Ich roll hier noch ein bisschen. Okay, jetzt geht es weiter. Jetzt wird gegolft, Freunde. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Gegolft mit den Freunden. Nein! Ich sterbe schon wieder, oder? Ach, da ist wieder Wasser bei der Flagge. Mein Gott. Nein! Kann sie auch nicht entscheiden. Ist okay, ist okay, ist okay. Hallo, Poggi. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ach nein. Oh, ist ja so schön geworden. Ich habe ihn so sehr gedocht. Oh, hu. Sieben Schläge wieder. Ach, du Kacki. Die Kamerasetten mit F, ne? Ja. Ja. Ich nutze das ziemlich oft tatsächlich. Drück mal 10 mal F. Nee. Geheimtrick. Nee. Drück mal Alt und F4, May. Kostet das ein extra Schlag? Ja. Ja, klar. Hast du nicht gesagt, ohne ein extra Schlag? Ja, wenn du halt gerade am Rollen bist. Aber wenn du stehst und F drückst immer wieder, dann... Ach so, ja, nee. Das habe ich nie gemacht, ja. Das habe ich nie gemacht. Johnny hat halt eh keine Schläge mehr gehabt. Oh, Zeit ist aus. Ups. Och, nee. Rieck, nach wo Rentschland? Natürlich. War hier einen richtig guten Vorsprung dadurch bekommen. Der Rieck hat auch Verletzen bekommen. Ja, ich habe auch nicht mehr. Ich habe auch das Achievement bekommen. Time runs up. Das habe ich nicht bekommen. Tja. Hatte ich wahrscheinlich schon geworanziert. Ich sehe eine Rampe. Ich weiß, wo ich lande. Oh, shit. Ich schieße einfach. Hallo, Johnny. Oh, das ist schwer. Oh, hallo, Fudi. Oh, mein Gott, habe ich ein Glück. Hallo, Mugi. Hallo, Maeve. Oh, mein Gott. Sind wir Loch 16? Nee, wir sind Loch 15, ne? Ich kann nicht schlagen, Maeve. Fuck, ich habe auf Loch 16 gekommen. Digga, wie war das jetzt nicht weit genug? Hallo. Bitte. Also, was der aus meiner Mausgeschwindigkeit ablässt, ist geiles RNG. Ich glaube, es war gut. Jetzt soll mir was gehen. Ja, danke. Nein! Es war so schön mit einem, zwei Schlägen hier. Ich habe F gedrückt aus Versehen. Ich war so gut. So ist deine Hand überhaupt da. Das kenne ich aber auch. Das ist so nah an der Maus, du. Schön. Schön. Äh, Johnny, Johnny, das ist das Falsche. Da willst du nicht hin. Du willst in der Mitte hin. Wie kann Maeve eigentlich immer noch führen? Du willst das in der Mitte hin. Das ist das Falsche Loch. Die kommen da nicht ran. Das dahinten ist das Falsche Loch. Das Loch 16. Das Problem habe ich öfter. Du spielst auf 16. Du musst auf das in der Mitte. Ich war beim Falschen Loch. Ich habe F gedrückt aus Versehen. In der Mitte des Raums. Genau da. Da musst du hin. Das Problem habe ich öfter, Ricky. Ja, da musst du hin. Bist du dumm oder so? Ja, ist er. Absichtlich. Wir sollten mal wirklich Mini-Golf spielen. Wollen die nur einmal in der Woche Golf spielen, um euch gegenseitig zu beleidigen? Wir wollen das nicht einmal pro Woche spielen. Einmal pro Jahr pro Spiel. Ich glaube, es gibt noch genug Golf-Spiele. Oh ja, Winning-Pud können wir wieder spielen. Winning-Pud-Game, das wär's. Endlich wieder Winning-Pud. Das ist noch... Gibt's das noch? Bestimmt. Ich weiß, vielleicht haben wir es eingestellt. Dazu hatten wir damals so... Oh, ein Mini-Clip. ...ein bisschen Golf spielen. ...ein Produkt-Placements haben wir irgendwie, keine Ahnung, für 20 Folgen und so gespielt. Das war die Geburt der Experten-Runde. Ich hätte wieder dessen Videos geschaut. Ja, ich habe einfach Videos geschaut. Johnny, hier warst du auch auf der Strecke schon, ja? Zwischendurch Videos geschnitten, glaube ich. Ja, ich war hier. Ich habe hier versucht, hier zu spielen. Ja, ich bin auch hier hingekommen. Du musst ja produktiv sein, ne? Ah ja, da gab es die eine Folge vorgegeben. Wirklich nebenbei Videos geschaut. Warte mal, hättest du so ein Video gehört. Ich hätte mir den bei Videos geguckt. Der fand das so spannend, das Spiel. Verena Vanille. Uh. Läuft gut bei mir. Ja, bei mir innen. Oh, Mami, ja. Och Mann, Spaghetti-Monster, Alter. War das jetzt so Fluch, oder was? Ja. Ich verkacke, ich war so gut, ich war zweiter. Und jetzt verkacke ich einfach alles. Ich komme nicht über die Kurve hinaus. Wo wollen wir denn hin? Es wird schnell hier, die Stelle. Nein! Oh, mein Gott. Oh, shit. Ich meine, unten ist ein zweimalstrecken. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Warte, das Ziel ist erst da hinten? Oh, nein. Ich komme über die Kurve nicht hinaus. Kipi. Können wir es irgendwie abkürzen? Ja, ich will es ja wie Riki. Aber nur abkürzen. Ja. Oh, mein Gott. Ich habe die erste Kurve nicht. Oh, mein Gott. Das gibt es doch nicht. Ich habe keine Schläge mehr. Bleibt doch liegen. Fast. Ich habe keine Schläge mehr. Wo seid ihr überhaupt? Einfach rein. Ich war nicht vorbei. Die Strecke ist noch so lang, Moggi. Wo bist du denn hängen geblieben? Bei der ersten Kurve. Sechsten Klasse. Du kannst da ins Loch rein, ne? Ganz da links siehst du die 16. Ich büllere mir gerade so viele Vielversuche rein. Es ist keine Zeit mehr für mich. Du hättest in das Loch reingeschaut, dann habe ich auch reingeschaut. Ich habe verkackt. Eight, seven, six. Nächste Runde. So. Okay, haben alle verkackt. Seht euch die Johnny-Runde an. Seht euch die Johnny-Runde an. Und Johnny auch. Mit sieben. Uh. Feiner Sand. Boah, das ist ja hier wie bei Sonic. Leute, warum nicht hier? Ey, ne. Sieben mal sieben. Oh, oh, oh. Danke. Bitteschön, ich habe immer gern. Danke, Mel. Bitte, Riki. Bitte, Riki. Danke, Riki. Bitte, Riki, machen wir nicht diesen. Wir haben eine schlechte Position, glaube ich. Oh, mein Gott, warum? Fuck. Zu weit. Oh, zu weit. Oder, oder, oder? In welcher Welt war das zu weit? Nein, ich schneide mal gegen die Wand. Stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben. Nein. Warte, wo will man überhaupt noch? Nein. Warte. Wie habe ich denn hier abgekürzt? Wo muss ich hin? Du musst zu uns rüber, Fully. Ja. Schon acht Jahre wieder direkt. Ach so. Wieso wurde mir eigentlich ein Zug weggenommen? Ich sehe schon, was, Morgi, war hier komisch. Nee, ich bin weiter, ne? Ich bin richtig. Nee, 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 nee. Nee, du musst da zurück, wo wir waren. Oh, 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 wo fall ich hin, wo fall ich hin? Es könnte passen oder auch nicht. Du hast zwei Schlüge geklaut einfach. Riki, das war ich nicht, Fully. Wo bin ich? Ich glaube, es klappt nicht. Du musst in den Wasser strudeln, Morgi. Ich weiß. Was für ein Wasser strudel? Ich weiß nicht, ob ich da rübergekommen bin gerade. Nein. Genau da so. Nimm mich jemand mit? Ich bin drin. Ich bin drin. Also nicht im Loch. Ich bin... Nein! Das war auch ein bisschen zu stark. Ich riskiert was. Ich riskiert was. Ich bin irgendwo nach links ins Nichts geflogen. Hä? Ich wurde so weit zurückgesetzt. Okay. Der Strudel lässt einen manchmal einfach los. Lass mich looos. Lass mich looos. Triple Bogey. Warte, warum seid ihr mit dem Wirbel nicht ins Loch gefallen? Weiß ich nicht. Du hattest das Glück, dass du mit dem... Oh mein Gott. Ich bin auch nicht... Ich dachte, so soll das funktionieren. Ich bin sogar fast rausgeflogen aus der Bahnloch. Ja genau, du kannst aus dem Wirbel sogar rausfallen. Morgi und Zombie können noch gewinnen. Was? Zombies direkt rein? So eine Scheiße. Ja, es wird doch richtig knapp. Also ich weiß nicht. Na ja, da wiederum, wenn du richtig verkackst, Maeve. Johnny Zane, ich hab auch. Aber Vollgas erst mal. Ach, komm Mann. Bitte, Ricky. Ich bin Bock. Aber ich kann nicht hauen. Oh, danke. Stopp. Oh, oh, oh. Ich hab's versucht. Nein, nein. Weee. Oh no. Hallo Morgi. Hallo Roll, sieh zurück. Nichts für Irgendgut, Zombie. Aber weg mit dir. Morgi, du musst anfangen. Ach, nö. Okay. Okay. Hau Fuller weg. Hau Fuller weg. Hau Fuller weg. Hau Fuller weg. Hau mich weg. Ich roll dir doch weg. Nein. Warum? Ernsthaft, warum hast du das jetzt gemacht? Ich wollte euch helfen. Ich wollte euch nicht rauswerfen. Jetzt ist alles verschissen direkt. Oh mein fucking Gott. Die weiße Kugel ist gerade richtig weggeflutscht. Hättest du mich verarscht. Ich bin bei meinem siebten Schlag und ich bin am Anfang. Hallo Johnny. Hallo. Keine Sorge Maeve, du hast gewonnen. Das hat sich erledigt. Morgi, du musst anfangen. Warten wir jetzt auf die anderen oder was? Ich kann nicht schlagen. Keine Ahnung, ich bleib hier liegen. Morgi, du musst anfangen. Wer hat dich nicht bewegen. Ja, dann bleib hier. For free. Oh mein fucking Gott, wer hat mich da rausgeschlagen? Na wer wohl? Der gute Arte, Ricky. Warte. Du warst vor mir, wie konntest du mich überhaupt ausschlagen? Ich war hinter dir. Ich war der Grüne. Hallöchen. Hat es geklappt? Nein. Wo müssen wir überhaupt hin? Hä? Was passiert hier? Ah, okay. Ja, ich kann halt von hier aus nicht mal da hinschlagen, wo ich hin muss. Oh. Okay, danke. Hat das noch funktioniert? Ja. Ah, fuck. Nee, du hast, du hast schon getötet, warte, nicht, 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 nicht. Jetzt. Oh. Puh. Nicht so schnell, ja. Ich bin nicht tot. Das ist gut. Wie seid ihr plötzlich alle so viel weiter? Ihr wart doch die ganze Zeit an meiner Stelle, hä? Ja. Ich bin so verwirrt. Ja, wir können gegenseitig wie ein Wienergespieler spielen. Wir haben nur noch 60 Sekunden, Leute, beeilt euch. Das ist echt ein hartes Kommentar von Ricky. Nein, die Kuppe ist so ein Elend. Ach, ich hab's geschafft. Warum ist die Strecke noch so lang? Ich hab keine Schläge mehr. Wie Maeve erreichte acht. Ich bin noch nicht mein Ziel. Können wir das Zeitlimit jetzt dann deaktivieren beim nächsten Mal? Ja, können wir machen. Ja, bitte. Oder ein bisschen kürzer eigentlich. Man bewegt sich noch. Also eigentlich hab ich... Ja, du bist im Ziel. Du kommst ins Ziel gleich. Du kommst ins Ziel. Da oben oder was? Die Oberfläche ist das Ziel. Lol, was? Platz zwei. Oh, ich hab einen Käpt'n Hut bekommen. Wie bin ich nicht letzter geworden? Ich war so scheiße. Die kalte Krone. Ich bin auch nicht sechster. Ich bin fünfter mit Ricky zusammen. Jawohl. Und jetzt spiel ich... Okay, okay. Können die beide schlechter sein? Oh, es klingelt bei mir gerade. Die Zeit kann ein bisschen hochgedreht werden. Oh, guck mal. Jetzt müssen wir ganz neue Physik lernen, ha? Ey, das hätte so viel mehr Sinn gemacht, das zu jetzt spielen. Nein, weil ich... Jetzt hat man noch Sound-Effekt. Oh mein Gott. Das ist ja einfach nur ein ganz normaler Kurs. Birdie! Ich muss alles neu lernen, ha? Ich hab ein Achievement dafür bekommen. Oh mein Gott, das Feeling ergibt so viel mehr Sinn. Ja, das ist ja auch die erste Map. Ja, das ist ja auch unter Wasser gewesen eben. Komisch, hat auch Sound-Effekte. Ich hab als Erste... Wahrscheinlich, weil die neu reingepatcht wurde oder sowas. Ein bisschen weniger Schmackes. Mann, wer soll die ganzen Pizze denn essen? Wie hat das geklappt? Wie habt ihr mich bitte an mir... Wie seid ihr vorbeigekommen? Jawohl. Ich hab geschlagen. Zwei Schläge. Glaub ich dir nicht, Fully. Drei Schläge. Nein! Ah! Oh fuck, das war viel zu leicht. Was mach ich jetzt? Oh mein Gott. Ich seh Riki nur richtig heftig rumglitschen. Ne, war nicht gut. Uh, guter Schlag, Riki. Uiuiui. Jetzt mach ich's rein. Pass auf, Achtung, bist du bereit. Oh, ich so salzig. Was? Was? Ja! Ich hab... Ja! Welches Paket kam für deinen Meister gerade an? Für meinen Meister? Ja, du bist so in der Bedienstetenkammer und deswegen geht aber auch immer diese Villaklingel an. Hä, das ist meine normale... Ich hab halt so eine Funkklingel, weil ich das sonst hier oben nicht höre. Was für ein Paketkammer an für deinen Meister? Sag doch einfach. Fliegengitter. Oh, stark. Oh, da ist ein Heimgang. Ich kann die auch ändern. Ich kann die so machen. Oder ich kann die auch. Was für ein Heimgang, Zombie? Hole in one. Warum hat Riki immer so komische Gadgets? Neeeeein. Man kann da an der Seite langschlagen. Nein. Ich hab ein Hole in one. Hooooooohhhhhh. Scheiße. Scheiße. Ich wollte dir helfen. Oh, Riki! Ich hab's gesehen. Ja, nicht gut genug, aber du hast geholfen. Alter, ich hab bisher... Jawohl. Jawohl. Teamwork. Ich hab jede Map mit drei Schlägen gemacht bisher. Und wir sind auf der dritten Map. Oh mein Gott. Alter, das ist... Das ist wie die Zahl des Saathans nur halbiert. Nein! Ja, du Dankeschön! Du musst lachen, hat dann gemerkt, dass es stimmt. Richtig schön reingepackt. Du hast ein Teamwork! Ja, Riki hat auf jeden Fall noch was gut bei mir. Endlich. Aber der kannst du mir glaube ich nicht helfen. Bin denn? Nee, aber wenn eine Situation ist, dann helf ich. Nice. Ich bin ja auch ein Guter. Nach der Wasser-Map ist das ja voll die Baby-Map. Also du kannst ein Guter sein, aber meistens entscheidest du dich dagegen. Nein, 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 nein. Fuck! Das beschreibt es ganz gut für dich. Warte? Ich geh da hinten hin. Vorsicht. Wo müssen wir hin? Ach, oben in die Mitte. Wieso dreht ihr alle um am Anfang? Wie? Es können beide Richtungen gehen. Ja, ich weiß. War du zuerst? Nein! Das war doch nicht meine Frage, ob das nicht geht. Ich bin zum falschen... Oh, das Riki-Bündnis gefällt mir. Nee. Nein! Ach, scheiße. So ein bisschen schwach. Ja. Maeve, du lenkst mich ab. Tschüss, Maeve. Nein! Wenn du noch nicht still standest, Maeve, dann wirst du zurückgesetzt, wo du warst davor. Oh Gott, und Johnny auch. Wir haben nur noch 59 Minuten und 10 Sekunden Zeit, beeilt euch bitte. Wieso haben wir das jemals schaffen? Ach ja, wir haben die Zeit hochgedreht, ja. Nein! Der Bulli, neister Schlag. Warum ist Maeve eigentlich aus Chrom? Er ist aus der Zukunft. Er ist aus der Zukunft. Er ist alles in Chrom. Könnte ich mir aussuchen. Ach, Mann. Ich hab den Hut vergessen. Ah, da haben wir alle ein bisschen reingeschissen auf der Maeve. Kann ich dich noch erinnern, zwischendrin? Mein erster Platz ist weg. Ach ja, der Hut. Alle? Ich hab hier meine Zweier-Streak gehabt. Oh, du hast zweimal Abholen davon gehabt. Naja, trotzdem nur noch zweiter Platz. Ui. Ja, ey, keine Sorge, ich verkack gleich. Oh, Bulli, was da passiert? Bei mir ist der Ball von dir gerade schon ins Loch gefallen. Da dachte er sich, nee. Nee, dann hau Johnny ins rein. Schieß dich über rein, Johnny. Hau ihn nicht rein. Hau ihn nicht rein. Mach das nicht. Jeder für sich. Mach viel zu stark, damit der... Ach, Mann. Jetzt mit voller Wucht. Volle Wucht. Volle Wucht. Oh, Schläge aus. Oh mein Gott. Ja gut, dann war's ja eh geil. Dann wär's ja umso schlimmer gewesen, hätte ich Volli gestoßt. Mach ich wieder hochfauen. Ach, schade. Ganz sachte hier. Nice. Zwei. Wollen wir noch ein bisschen Stell machen, bevor die Dummkörper kommen. Sehr schön. Dummkopf. Hole in one. Uh. Er verliert auch viele Hole in Ons heute. Egal. Ja. Ja. Und Johnny, wie ist das so, Pulli heute zu sein? Wieso? Man will nicht... Es heißt ja auch Schwerkraft, nicht Leichtkraft. Alter, was für ein geiler Split. Uh. Hole in one. Hole in one. Let's go. Nein. Ah, ich verstehe. Sobald man einfach rein ist. Oh mein Gott, hier soll ich jetzt ehemals wieder zurückkommen. Uiuiui. Par. Nein. Ah, das gleicht alles auch. Ich konnte es mir nicht verknallen. Tut mir leid. Johnny. Johnny. Johnny hat mich hier hingeschubst. Johnny, er schneit. Ich werd das nicht machen. Morgi, Regni hat mich hier hingeschubst. Kannst du ihn für... Warum bin ich jetzt so... Nein. Das ist komplett aus Versehen passiert. Das ist aus Versehen passiert. Es tut mir leid. Naja. Danke, Schätze. Der kam zurück. Oh. 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 Oh mein Gott. Nein. Was willst du denn von mir? Da war ich jetzt schon. Aber Morgi wurde zurückgesetzt oben. Okay. Gut. Ich hab niemanden von euch wieder ab sich weggeschubst. Was soll das denn jetzt? Ich mach das auch nie. Und trotzdem bin ich immer... Das war halt zu verlockend. Du hast dich zu sehr beschwert. Junge, was ist hier los? Nee. Johnny kann gleich... Fragt man sich, woran es liegt mit dem letzten Platz. Und uns alle einfach nur noch wegboxen. Das ist, weil Fully nur Schabernack... äh, weil Johnny nur Schabernack macht. Johnny... Johnny kann jetzt richtig Schabernack machen. Johnny kann jetzt richtig Schabernack machen. Johnny geht gleich einfach... Johnny geht gleich einfach 55 Minuten essen. Johnny... Johnny nicht so toll. Der Scherzkeken. Johnny, gönn dir mal ne heiße Minute, okay? Wir haben Zeit. Oh, ich hab letztens Milchschnitte gekauft. Das war ziemlich gut. Oh, so ne leichte Milchschnitte. Plane den Schlag. Oh, so ne leichte Milchschnitte. Nur eine? Boah, Milchschnitte wär geil jetzt. Ich hab mir Kinderpingui heute mitgenommen. Boah! Boah! Die bessere Milchschnitte. Die viel bessere Milchschnitte. Denk ich auch immer wieder. Manchmal ist Milchschnitte schon auch besser. Ich mag mittlerweile Milchschnitte mehr. Waaah? Glaub ich auch. Kinderpingui ist... Ich finde Kinderpingui sogar besser als Maxi King. Maxi King ist oftmals ein bisschen zu süß. Maxi King ist das doch das ekligste von den allen. Nein. Natürlich voll. Der Maxi King ist das beliebteste davon. Schmeckt aber scheiße. Ja, 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 ja. Uuuuh. Nee, da kommt Pulli. Yes! Birdie! Ich muss mal Riki vorlassen, dass ich Riki helfen kann. Ja, ist gut. Ich hatte so Angst vor Riki gerade. Wieso? Ah, shit. Weil du Riki bist. Ah, shit. Guck mal, da hängt der Haku runter. Das ist der TTT-Faller. Vorsicht. Oh, bitte Fulli-Hau, Riki. Oh, okay. Oh, schade. Ich hab's noch versucht. Ich hab's noch versucht. Oh. Ich nehm hier. Uuuuh. Oh, das ist doch knapp, ey. Wenn man einmal will, dass der Ball... Oh, er rollt, er rollt, er rollt, er rollt, er rollt, er rollt. Was? Ja, 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 ja. Ich bin da gerade gespawnt. Oh mein Gott, Zombie, ich werd das gleiche versuchen. Es war so knapp. Es ist so... Fuck! Hätt's nicht beim ersten Versuch geklappt. Hallo. Oh, oh, oh. Uuuuh. Zweiter Versuch. Birdie immer noch drin. Riki, du bist so ein... Birdie. Jetzt weiß man, wie sich's anfühlt, Johnny. So ein Riki. Halt mal die Schnauze, Mogi. Du hast das bei mir auch vorhin gemacht. Ja, das weiß ich doch, aber ich hab's auch nur einmal. Ich hab's auch nur einmal von Riki gesehen. Das stimmt. Ja, aber Riki macht's doch die ganze Zeit und jetzt sagst du... Ich mach nie was, ich weiß gar nicht, was du meinst. Die Situation hat doch so angefangen, dass Riki das bei mir gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du hast es bei mir gemacht. Ja. Ich glaub, Johnny braucht das Salz. Und dann hab ich's bei dir gemacht. Bei Johnny Schneid. Find ich gut, dass wenn ich was scheiße baue, dass Mogi dafür das Fett wegkriegt. Hast du Mogi grad Fett gemacht? Nein, weil er meinte, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Dabei hat Riki das bei mir gemacht. Boah, man kann hochspringen, oder? Ich war so nah dran am Hole in One, siehst du? Hab ich das gesehen? Seht ihr mich? Schau mal zu mir rüber. Ich seh dich. Was du meinst? Nein! Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht! Als ob man da liegen kann, überhaupt. Ciao, Johnny. Okay, das wollte ich nicht, aber... Bitte kurz gehofft, dass mich noch jemand reinstehen kann. Oh, shit! Mogi, stell mich mal hier hin, ne? Ist okay, oder? Nein! Ich hab neun, fünfzig Minuten Zeit mehr. Ich weiß ja nicht, was du heute noch vorhast. Oh fuck. Was? Das war scheinbar zu stark geschlagen. Hast du gesehen? Ich hab mein Captain-Hut auf. Sechs Schläger. Nein! Nein, Mogi! So anstrengend. Boah, ich hätte so gut sein können, aber... Ach komm. Ich war auch nicht so gut. Müll, 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 Müll. Oh. Müllschmüll sag ich immer. Oh nein, ich hasse die Map. Oh nein. Du kennst sie doch noch gar nicht. Wie kannst du sie einfach hassen? Ich hab sie mir angeschaut, ich hab beschlossen, dass sie... Oh, ich liebe diese Map! Das sind solche Vorurteile. Ne, ich hasse sie. Da hinten. Ich wurde hier grade abgeblockt. Ja. Starker Birdie. Kann man nicht meckern darüber. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich helf dir, ich helf dir. Ich mach das. Ich stoß dich so. Ich mach... äh, Billiard. Ja, fast. Danke dir. Warte, warte. Du liegst noch, du liegst noch. War das der Gefallen, der eingelöst wurde? Ne, der kommt jetzt. Oh oh oh. Okay, ne mehr. Mehr krieg ich nicht hin. Nicht schlimm. Komm rein zu mir. Ne, ich bleib nochmal davor liegen. Mogi, das ist schön, dass ich das bei dir gemacht habe. Hatte gar keine Nachteile für dich, glaube ich. Fällt mir gerade auf. Doch klar, es hat mich einen Schlag gekostet. Nein. Doch. Du musst doch respawnen. Nein, ich war oben und da musste ich wieder von unten aus hochschlagen. Nein, musst du sehen, hole in one gewesen. Doch. Ich wurde dann wieder vor mein letzter Schlagball zurückgesetzt. Ui. Ich bin nicht von unten gerespawned. Birdie. Ich muss volle Kraft machen. Oh, hole in one. Alter, Mogi. Oh. Oh. Ich bin zu kurz zum Werwolf geworden. Ich werde meine Hunde rausgelassen. Parf. Das geht nicht. Ich komme in der Mitte nicht. Das war echt gut. Was soll ich sagen? Ich finde, derjenige, der sich am meisten aufregt, muss immer das nächste Golfspiel aussuchen. Mario Golf. Oh, stimmt. Das gibt es ja. Oh, das habe ich nicht. Das ist so teuer. Das werde ich nicht gefallen. Das ist echt teuer. Wir spielen einfach die N64-Version. Der Switch-Tile ist auch gar nicht so gut. Wir spielen einfach die N64-Version. Abkürzung. Wo ist eine Abkürzung? Wie zur Hölle bin ich hier gerade out of bounds gelandet? Hä? Ich roll noch? Ich dachte, ich schlage schon lange vorbei. Ich will da links dagegen schlagen, Fully. Der hat ja auch gut geklappt. Hier ist doch keine Erhöhung. Ja, das kann ein bisschen nervig sein. Nein! Reki! Nein, ich habe auch zu schwach geschlagen. Ach, so eine Scheiße. Der Jung hat mir alles versaut. Oh, nein. Hätte ich mal die Map normal gespielt, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Schläge gebraucht. Nein! Ich schätze es mal nicht. Nein, bei mir war es okay. Hey, Bogi, hätten wir die Map mal normal gespielt. Ich glaube, wir hätten weniger gespielt. Vier Schläge war okay. Ich habe sechs gebraucht. Oh. Oh. Ja. Äh, mach das nicht. Empfehlung. Tu das bitte nicht. Ich sag doch, mach das nicht. Oh mein Gott. Ich kann das nicht empfehlen. Holt uns jemand hier raus? Oh, nö. Nee, geht aber bitte weg. Nein. Oh, danke. Raus. Ja, danke. Ja. Nein, das war es. Jetzt stehe ich noch so viel schlimmer da als davor. Du könntest mich nach vorne pushen, weil du mich gern hast. Oh nein, als ob man da runterfällt. Ach, schloch. Weißt du, er geht lieber ganz zurück zum Anfang. Ich habe mich nur einen Millimeter. Ich hasse die, Fully. Alter. Schöbel, Bogi, was ist denn Mist? Ach, Rikki. Macht sehr viel Spaß, mit euch zu spielen. Danke. Absolut. Aber das sind diese Spiele doch immer, oder? Also das ist doch programmiert, dass man sich abfuckt. Ich fuck dich gleich ab. Liegt das bei euch anders? Ich finde, die Maps sind auch alle so frustrierend. Ihr klingt aber so ernsthaft wütend. Nein, das ist nie wirklich wütend. Nein, ich bin nie ernsthaft wütend. Also, Fully war einmal ernsthaft wütend. Nein, nein, nein. Ich spiel das noch. Er hat dann gesagt, er macht nur Spaß. Da oben in dem Fass ist ein Ziel. Oben in dem Fass ist ein Ziel. Ich sag's euch. Stimmt, die Prophezeiung. Welchen Fass? Ein D, wo ich reingesprungen bin. Oh mein Gott, wie? Ich hab das Schiefe gekommen dafür. Nein, ja. Halt zu Hitten Golden Grasslands. Fast in... Ich war fast im Fass. Was ist das noch mehr überhaupt? Schlag, Johnny, bitte. Nein! Warum bin ich da Reset jetzt sofort? Danke. Ist mir egal. Jetzt will ich das Fass haben. Ist mir egal. Nee, ich geh normal jetzt. Genug Schläge. Das Fass. Ich fass es nicht. Nummer 5. Ich fass dich gleich. Mophobia. Hör auf. Stark, Ricky. Oh, das ist Mophobia stark. Oh, oh, oh. Ja! Was? Der Secret Master. Ich bin scheiße gehabt, ob sie jetzt neun Schläge gebracht hat. Sechs Schläge. Aua. Würdest du sagen, dass auch er nicht machen? Oh nein. Doch, doch, doch. Kommt der drüber. Ich wollte dir helfen. Ja, ich weiß. Ich helfe dir. Nein, nein, nein. Wie Glück. Wollt ihr helfen? Warte, 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 warte. Ich schieße mich jetzt da rüber, Wasser. Warte, Ricky. Oh, hast du den Trick gesehen, Mophob? Geh auf zu helfen. Nett von dir, aber... Oh, danke. Oh! Geh auf zu helfen. Fuck. Hab fertig geholfen. Oh, shit. Was war das denn für ein Schlag? Ich war fast... Also, ich war zumindest oben. Shit! Nein! Ich bin in die andere Bahn gelandet. Zombie, ich hab heute das Spiel gesehen. Das ist wie Phasmophobia. Nur, dass wir nicht die Geister rausfinden. sondern man muss die Häuser sauber machen. Ich war doch schon drin! Ich bin raus! Nein, das ist Golf. Das ist so dumm. Einfach nur... Häuser sauber machen? Man muss da rein mit so einer Kärschhaufel und einem Feger und so. Also nicht das hera Cleanup-Detail, sondern was anderes, oder? Nee, das ist... In der Abwehr haben sie irgendwie 80 Stücke. Paranormal Cleanup heißt das. Oh, cool. Das ist cool. Nein, ich wollte zielen! Schlag, Fuli. Was für ein Dreck hinterlassen Geister? Naja, meh. Nee, nee, du musst das Haus säubern, aber... Ich war drin und ich bin rausgeflogen. Oh mein Gott, ich bin da noch viel weiter zurück, Fuli. Oh mein Gott. Ein sehr schneller gesettet, Fuli. Mann! Du bist doch drin. Das ist doch bescheuert. Du bist doch drin, ja. Ich geb euch gleich drin. Ich weiß nicht, was Fuli hat. Ich weiß, ich weiß. Nein, ich war vorhin schon drin, aber ich bin rausgeflogen. Warum ist Fuli schon wieder so wütend? Ich bin schon wieder so wütend. Ich bin ein Puller. Ich glaub, die Leute fanden das lustig. Die Leute fanden das sehr lustig, ja. Nein! Oh, danke schön! Das war mal meine Redemption. Oh mein Gott, Ricky Redemption-Arg. Ja, Ricky Redemption-Arg. Wie, wenn ich Platz vier? Was habt ihr alle gemacht? Auf einmal golfen alle. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich wäre nicht zum Anfang zurückgesetzt worden. Ich wünschte, ich hätte den letzten Match aber nicht verkackt. Ich schwitz jetzt rein. Oh, die Musik klingt wie Rayman. Wir haben die alle aus. Mogi, wir wollen nicht baden gehen. Das ist wie trocken. Mogi, wir wollen nicht baden gehen. Bitte mach weiter so, Mogi. Ich hab die auch an, Johnny. Ich hab die auch an. Oh mein Gott, Mogi. Das war richtig scheiße. Tu nicht so, das waren sieben Schläge. Nein, das war knapp. Das große Finale. Ich kenne dir, dass das knapp war. Nein, nein, nein. Oh Gott. Gibt es irgendwo was geheimes, was ich treffen kann? War das ein Trick? Oh, oh. Nö, einfach halt die Rampe hoch und rein. Ja, so. Ja, genau. Nice. Oh Gott. Oh, nie Glück. Nein. Danke. Nein, nein, nein. Äh. Da resette ich mich lieber. Oh, Riggi. Schäsel. Albatross. Helfschlag. Toll, jetzt muss ich da warten, bis Mae fertig ist und dann muss ich warten, bis Fully fertig ist. Fertig. Du kannst. Nein. Nein. Besatte. Hör. Ja, da resette ich mich auch lieber. Oh mein Gott, Fully ist drin jetzt. Freie Bahn für Zombie. Nee. Nee. Äh. Oh. Oh, nee. Ach du Scheiße. Oh nein, Morgi ist auch noch dabei. Ich hasse dieses Spiel. Äh, nee. Zombie hilft mir so sehr, indem er jetzt einfach so viele Punkte macht, dass ich noch vierter werde. Ich will jetzt noch ganz hin. So, jetzt 14. Nein. Du bist dann, Morgi. Kein Stress. Du musst es auch jedes Mal nicht sagen. Dritter inzwischen auch nur noch. Ach, komm. Oh, wer ist denn über dir? Oh, ich. Wer ist denn über dir? Ach, ich bin das. Ach so. Oh, ich bin auf selben Platz mit dir, Rikki. Ja. Wir haben beide verkackt. Platz vier. Wir sind beide besser als Johnny. Ja, das war ja auch nicht schwer. Letzter zu werden, aber... Aber hat Johnny eine Zwei hier gemacht? Ja, Abloch 13 habe ich aufgehört, mir Mühe zu geben. Ja, ich auch. Ich meine auch. Ja, weil wir sind irgendwie fünf, sechs und sieben so in die Hose gegangen. Keine Ahnung. Bei Morgi geht gleich was anderes in die Hose. Komm, Morgi. Komm, Morgi. Komm, Morgi. Komm, Morgi. Komm, Morgi. Komm, Morgi. Oh, 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 oh. Der war das erste Mal geschafft direkt. Was ein Winkel in Grassland. Entschuldigung, ich dachte mir, wäre doch lustig, wenn ich mal einen falschen Wink einfach schlagen würde. Ja. Das ist ja echt witzig. War auch echt lustig. Danke für dieses Comedy Gold. Glückwunsch an den Gewinner, Maeve. Und Glückwunsch an den erneuten drittplatzierten Morgi. Glückwunsch. Ich bin zweimal Letzter. Und die kann sich ficken gehen. Nee, ich bin wieder nicht Sechster. Ich bin wieder nicht Sechster, weil die beiden anderen jetzt Vierter sind. Ich bin wieder Fünfter. Let's go. Na, de facto bist du Sechster. Nein. Ich bin auf dem vierten Platz. Ja, Golf. Ja, Golf. Ist das unser nächstes Mal da unten in Golfit? Ja. Kennt ihr noch gute Hörspieler? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.